halli halli willkommen zurück zu allen clicker weiter geht's so ich könnte wie auch hier weiter gesammelt 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 schwert schon auf 3 millionen 410.000 bekommen ja 3,5 millionen ist eine ganze menge oder ich weiß nicht so viel gemacht ehrlich gesagt ich mache 1310 geioden schnell haben wir die auf es wird die sehr sehr gut gemacht sehr gute neuerung wie schon das jetzt aber mir geht 1300 weil muss man die einzeln machen wäre hätte ewigkeiten gedauerten aber jetzt so mittlerweile sehr sehr schön ein paar trophäen noch nebenbei haben wir gleich haben wir schon durch die klappen so was von schnell ein haben wir schon mal sehr gut trophäen was haben wir jetzt hier neues hier ist es überhaupt kann man leider nicht sehen mineralien abbauen ok da kann man sehen da ist spitze verbessern die ist hier das ist das ach so das ist da jeweils dann das ist die spitzsäcke was denn hier schwert die was also das ist dann hier boss in arena besiegen auch schon auf niveau 4 wird ja auch gleich bei weitermachen es dürften in radioaktive mine die bosse sein geht davon aus keine ahnung wie sieht es hier aus mehr ressourcen ja kommen wir uns da und so und so und und ja ach komm auch mal einmal klein 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 machen inventar ach guck einer an bonus ob schaden die macht die prozent schaden 35 prozent ressourcen gewinnung ist aber neu können ja gar nicht eine brille ach du kacke ok nein sie auch so ok kann man wieder runter nehmen ok mit der set bonus als einen autoklicker in allen standorten ein bisschen der blick zum wohl sein das ist hier set das ist hier set ok jetzt zweiter schaden wohnung abschaden haben müssen durch blicken hier ach kann man links und rechts der ist drauf der ist drauf was macht der mantel denn ressourcen gewinnung nachkommen ach sind wieder runter weiß ich genau für die jeweils sind ich will da noch die russine aber habe ich ja noch nicht zusammen ressourcen gewinnung und ressourcen gewinnung wie er doppelt kann eine doch weg genau der helme ressourcen gewinnung ressourcen gewinnung beide gleich kommt mal den weg kommt er dahin schuhe schaden kommt er nach rechts ne machte nicht ok warum denn oben ist auch oben ein bisschen komisch zerstören erst mal das brauchen wir brauchen wir auch nicht die brauchen wir nicht wahrscheinlich blau wahrscheinlich es setzt oder erfülle berg voller als die grauen immer von aus denn haben wir doch auch drauf hier drei sekunden in arena auf ressourcen gewinnung wohnung schaden 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 aber als die normale sache noch mal wieder weg du sollst da bleiben die schuhe können weg die jacke ressourcen affe ressourcen gewinnung und du kann man nicht genau sehen das blöd da muss man die auch kaputt machen das habe ich alles ne schuhe bonus auf schaden ja auf alle fälle das was immer noch mal das dann weg dann machen wir noch weiter aber bauen nicht unbedingt alles normale sachen ein helm wieder ressourcen gewinnung 35 prozent okay die russi haben wir nicht ist auch eine normale können die auch weg die schuhe können weg können alles weg hat man daran gewöhnen die haben wir genau hier ist noch eine russi also ein zettler soja ok 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 schon verstanden verschiedene sets die russi haben wir schon zwei teile davon oder was mal darauf achten wer hat den blitz habe ich zwei sachen von lilla 528 prozent lecker 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 natürlich die immer natürlich na klar mal weg die grauen schuhe können weg die russi kann weg die hat lassen wir mal blaue russi nö ist weniger abverbundung 528 prozent ihr war doch hier auch ne ja ja die mir gerne set mal zusammen bekommen habe ich aber noch nicht zerstören die schuhe habe ich die russi habe ich das eigentlich gar nicht oder macht man rechts auch mal rechts da wie auch ist ein teil wie auch nur zwei von viele verschiedene sets gibt es hier mal was raus holen grün aber blau wieder was bonus hat ressourcengewinnung also wieder der auto klicker ja jetzt habe ich schon die auch nur ein teil der war ressourcengewinnung weil der doch auch ne genau ich brauche wahrscheinlich platz schwächer die schuhe sind schwächer der helme schwächer die russi schwächer dann lässt man das erst mal die gut wahrscheinlich die blauen sachen blauen haben oder halt lilla haben zwischen aber und sich selten noch was neues ok können wir schon die können wir die können wir können wir grün die brille auch mal weg zerstören zerstören ja ich bin jetzt zerstörer wollte ich nicht durch er behalten das jetzt mal alles voll haben das hat passt da noch mal hin die schuhe vielleicht ja ich bin da oben komisch ein bisschen komisch wer kann man da kann man so sortieren 50 gingschner kann man hier sammeln unten ja machen wir mal auf kommt mehr 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 blaue hellen guck einer an guck einer an zack natürlich besser kommen die weg hier die weißen sachen kommen erst mal weg die brauchen wir nicht nach 40 schwach wegen dem bonus viel zu schwach sind natürlich die grünen dann schon besser die haben wir doch auch nicht können auch weg du kannst auch weg 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 die grünen sachen die grünen sachen an die augen sind natürlich auch zu schwach hau mal weg immer nur zwei länder sachen hätte gerne ein paar länder sachen die selten klar logisch sehr schön dritte die grünen sachen kommen weg leider keinen namen dabei keine beschreibung oder was kommt vielleicht noch sogar doppelt der hat den schuh drauf und der nicht weil ich ihn ausgerüstet habe deswegen wahrscheinlich das symbol ist ja ausgerüstet obwohl er jeweils dann auch auf dem platz drauf ist ja es kann sein ja 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 was kann dahin schuhe schauen wir nicht egal den bräuchte doch dann nicht können die weg die können auch ordnung hier drin habe habe ich zwar mit spitz aber auch noch die dritte schuhe fehlt dennoch spitzsacke mäßig natürlich ein guter hier schmeißt es wahrscheinlich zusammen natürlich nicht da ist er doch ne so zusammen wo kann man das jetzt sehen glaube ich gar nicht mehr und das ist ja eine 30 prozentige chancen in der unterricht stadt und 20 wundung zu halten ja egal haben wir schon mal zusammen haben wir schon mal ein set zusammen ist auch schon mal was können die eigentlich weg machen wir mal weg ist das schon mal ganz nett ne weiß 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 nur noch weiße sachen leila sehr schön ach dann haben wir schnell den haben wir auch in der lagen alles weg hier aber ja wieder set wahrscheinlich dann ne bringt aber nicht mehr sind doch ganz steht steht zumindest nix von z ok weg die russis bin auch nix die schuhe brauche ich ja kann der auch weg der kann auch weg genau na komm dass man erst mal es hat für eine schöne eine neue schöne neuerung ja gefällt mir doch es kommt immer wieder was neues rein was immer ist immer sehr schönes äh will ich jetzt noch nicht machen erstmal hier ein bisschen weitermachen so kochen da nehmen kochen zack äh verbessern also durch die geode ne einiges neues dazugekommen 5 millionen niveau 30 ach ist schon 7.000.000 7.000.000 jesus ich habe die neuen auch noch jo 9.000.000 ui wie hoch kann man denn jetzt nicht nur nicht die geode ne machen wir die 100.000 schneller nicht nur noch mal du denn sie sind die neues die nette kaum lanter цветende erzählen also ich TV ja ich hab nur noch was meins die mit die ел ine froh dann keine ahnung gleich ein welcher haben wir es aber gleich haben wir es 100 millionen jesus mann mein bonus 80 jörg kann man machen kann man doch machen wie ich würde ich sagen wenn man hier im kurs ein dass du noch zu bieten wo ich mal das mit gehen wir hier kurz rein da rein alles hier nehmen neu anpflanzen lohnung einsammeln pech gehabt neu starten da wird auch nichts unbedingt was neues gemacht ich kann ja nichts egal 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 nicht so schlimm ich wollte genau hier guck mir was wir da da jetzt kommen muss einfach mal laufen lassen will ich mal laufen lassen ein tropfen ohne ende 875 millionen in stent weg in stent in drei wochen ist der early access dann geht es auf die fälle natürlich von vorne komplett neu los wenn sie mit natürlich nicht so schnell ist vorangehen wie jetzt aber man sich auch wieder von vorne fangen an er wird die gegenstände mit den z sachen schon mal was neues was schön ist das gute ist ja niveau 12.400 schon da ist keine ahnung wie hoch es hier geht 100.000 millionen kann gucken schon mal vielleicht die spitzsacke weiter verbessern ja warum nicht brauchen wir auch erstmal jo vielleicht kommt hier auch noch was neues dazu haus vielleicht oder lagerfeuer vielleicht noch was noch was neues ist natürlich abwarten was er noch so vor hat einfach mal abwarten vielleicht auch neue bosse dann in der arena mal gucken auf jeden fall ist er natürlich weiterhin dran macht weiterhin was neues rein ist immer schön den rest wird man dann warten müssen sechster schritten geht es jetzt vor allem im moment noch kann man oben sehen ein niveau immer sechs mehr ungefähr eine billion auch instant weg ein niveau schon hundert millionen die waffe also noch ein neueres aussehen wird es wohl nicht geben erstmal aber reicht ja auch ne reicht ja auch da sieht er schon so sehr bunt aus abgesehen von ganz zu anfang mit dem holzschwert jetzt mal richtiges buntes episches typisches Langschwert, wie ich sage, Langschwert oder Zweihandschwert. Werkzeuge auch, die Spitzhacke und die Axt, auch schon eine höchste Stufe. Lassen wir mal laufen. Ich glaube, vielleicht Musik ein bisschen lauter machen. Auch so eine etwas stimmungsvolle Musik, kein irgendwie so blödes Gedudel. Also erst eine Stunde lang ist auch blöd. Kann man, glaube ich, nicht ganz so gut hören. So, kann man ein bisschen mehr hören. So ein bisschen klassisch angehaucht, aber ist ja nicht verkehrt, ne? Nervt zumindest nicht, finde ich. Von daher alles gut. Na, guck mal, 103 Billionen, auch instant weg. 14.700 schon, 800. Können wir ja mal bis 20.000 hochgehen. Wahrscheinlich noch viel weitergehen, wahrscheinlich. Mal gucken. Wir sind ja schon bei 15.000. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hoch geht. Geht wahrscheinlich ja unendlich hoch, wahrscheinlich. Geht mal von aus. Im Moment zumindest, ne? Wie gesagt, was noch so kommt. An Ideen, muss man abwarten. Und nicht vergessen, jetzt noch eine Klaus-Beta. Ich kann dann vieles noch instant kaufen. Einfach so bekommen. Von daher geht es eigentlich schon viel, viel weiter, als man eigentlich wäre zu dem Zeitpunkt. Zeitpunkt, das ist natürlich auch, wenn man jetzt ja unendlich viel Geld ausgeben möchte, ne? Wollte klar sein, ne? Also, da kann man schon mal sehen, was noch so kommt. Wie weit es gehen könnte, natürlich noch geht es noch viel, viel weiter, wahrscheinlich, ne? 16.000, ja, sag ich mach mal, bis 20.000 hoch. Wahrscheinlich sowieso noch weitergehen, wahrscheinlich. War wieder der Megaboss, auch wieder instant weg. Kann man auch an der Zeit ja sehen, ne? Eigentlich hier 15 Sekunden, für den Megaboss 20 Sekunden. Instant nur einmal tippen, weg. Aber die Finger habe ich mir auch wieder sofort holen. So schnell wie es geht, die Finger sind sehr, sehr nützlich. Sehr nützlich. Da kommt, glaube ich, wenn ich im rechten Sinne, am 9. Dezember raus. In der Early Access kann es jeder spielen. Jeder. So, dann gleich sind wir also bei 17.000. 1,7 Billion, bollst du instant weg. Ich weiß nicht genau, wie viel Schaden ich mache. Weiß ich gerade gar nicht. Ist nur halt, äh, Schwertschaden, Bonus, ja, aber... Oder ist es das? Der Schaden an dem Boss zu 10 Billion, kann halt sein. Der macht 2,5. Also weiß ich nicht so genau, kann man nicht so genau sehen. Und soll das hier der, äh, Waffenschaden, Schwertschaden sein? 1,26 QA, Leute, Ewigkeiten. Könnte ich ja hier bis, äh, weiß ich, 50.000, 100.000 durchlaufen lassen. Ii, 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 ii. Ah, mal gucken. Wir wünschen, fast bei 18.000. Keine 200 Millionen, die Bosse. Und gerade war der Megaboss bei keine 2 Billionen. Also ungefähr erst 10-fache von den normalen Gegnern, Bossen, ist man dann der Megaboss. Ungefähr erst 10-fache. Also dürft ihr nächstes etwas über 2 Billionen haben. Da, ja, hat er auch. Ja, das ist das 10-fache. 18.300 schon. Ui, ii, 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 ii. Guck dir, wahrscheinlich bis 100.000 durchlaufen lassen und noch mehr. Wahrscheinlich. Weil ich werde auch mal, äh, machen. Aber mal durchlaufen lassen. Das sieht mich jetzt schon. Guck dir, soll ich dann, äh, nämlich dann... Ich werde wahrscheinlich dann, äh, danach zusätzlich in der Videobeschreibung reinschreiben, äh, welche Niveau ich ja am Ende hatte. Könnte natürlich aber ein bisschen dauern, ne? Mal gucken. Das interessiert mich hier jetzt schon. Wie weit ich jetzt mit dem Niveau hier von 100 Millionen hier weit komme. Das müssen wir jetzt schon gerne wissen. 19.000 Ei, 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 ei. Köder ohne Ende zum Angeln ohne Ende 13.000. Ei, 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 ei. Fleisch zum Verfüttern 19.000. Na, gleich sind wir hier bei 20.000 schon. Da war wieder der Megaboss. Da war er gerade wieder. Mit ungefähr 2,3 Billionen. Kein Thema. Da war er wieder. 2,3 Billionen. Wie gesagt, ich werde einfach mal dann, äh, offscreen natürlich, ne, weiterlaufen lassen. Gucken wir mal, dass er es auch noch dauert, ne? Mal gucken. Ich bin mal echt, echt mal gespannt. Also ein Ende will es wohl nicht haben. Nur wie hoch es geht, hm. Ich meine, 100.000 könnte noch oben reinpassen, aber eine Million ist, glaube ich, schon, da wäre schon nicht die Zahl irgendwo ein bisschen breiter werden. Mal gucken. Was für möglich ist, ne? Über 20.000, äh, komm, wir machen mal, ach, guck mal, hallo. Äh, wo war das jetzt wieder? Ach hier war das ja, genau. Äh, ach, hier kann man auch, okay. Ja, ich wollte eigentlich hier Bosse machen. Genau. Also sind andere Gegner, aber auch Instant, gehen die natürlich weg. Auch schon 2.200. Gibt ja wieder schöne Zahlen, zahlen, ne? Machen wir hier natürlich noch einiges. Gucken wir, dass wir hier auch mal ein bisschen weiterkommen. Dann sind die aber auch ein bisschen höher, ne, 27 Millionen. Dann fangen die schon an. Ja. Und dann sind die schon mal 57 Sekunden. Machen wir die noch weg. Gucken wir, was wir hier bekommen. Das sind schon sehr komische Gegner. Die ist so vorne noch nie so, wie ich ihn gesehen habe. Die machen wir noch weg. Auch hier Instant gehen die sowas von weg. One-Hit-Eintreffer weg. Auch schon über 3.000 jetzt. Eieieieiei. 230 Zahnräder schon fast. Eieieiei. Mann, mein, 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 mein. Also ich kann natürlich auch noch gut die Zahnräder sagen, ich kann wieder für die Amulette umtauschen. Die man ja braucht, um hier hin, hingehen zu können. 3.400. Da kann man die 4.000 machen, kriegen wir bestimmt noch voll. Hoffe ich mal. Dann haben wir noch ein gutes Ende dann. 61.000.000 schon, 62.000.000, 63.000.000, natürlich viel stärker hier als die normalen Bosse. 2.000.000, dann habe ich noch zwei Stück. Ja, ich habe mal die 4.000. Die werden wir wohl wohl schaffen. Ich möchte jetzt auch erstmal die Insel nicht zurücksetzen, dass wir noch weitermachen. Da, 4.000.000, sehr schön. Oh, sehr gut. Da lacht die Sonne, zwei haben wir noch, machen wir noch weg. Wie gesagt, ich werde die Arena durchlaufen lassen, gucken, wie weit wir da kommen. Ich bin echt mal gespannt, wie weit es da geht. Welche nachträglich, kann natürlich ein bisschen dauern, in die Videobeschreibung nochmal reinschreiben. Wie hoch ich da kam. Auch schon gleich bei 100 Millionen. Na, na, na. Ja, 100 Millionen. Ui, 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 ui. Fast 700 Zahnräder. Ui, 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 ui. So, alle weg. Alle weg, aber kriegt man natürlich beim See, ne? Kann man mich doch eintauschen. Man hat nicht hier gewesen, hier bei dem. Ach, für die Steine, ne? Ist klar, die Amulette, äh. Ach, dafür, für die Steine, genau. Für die Steine kann man die bekommen. Hier sind auch die Amulette, äh. Das sind die Amulette, äh. Ne, was kann man damit noch mal machen? Schon da vergessen. Schon da vergessen. Ah, sorry, egal. Komm, wo man noch ein paar. Kann man auch festhalten, immer 10 auf einmal. Ui, 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 ui. Da. 2, 3, 4, 5. Ah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Handschuhe gucken noch. So. Äh. Da können wir. Nochmal. dafür brauchten zahlen wir unter anderem so alles hier verbessern jawohl läuft doch es läuft es läuft wie gesagt ich werde für alle fälle dann arena weiter laufen lassen da oben dann ich bin mal gespannt dass ich auch mal überraschend hier auch praten wie weit ich kommen könnte mal sehen wie gesagt ich werde es auf 100 millionen mal gucken wir sagen sie müssen in der nächsten folge von einem klicker bis dahin schön mit